hallo und herzlich willkommen da bin ich wieder eure sandora ja wir haben freitag und ja wie ihr seht bin ich heute alleine der fleck ist noch unterwegs und ja von daher müsst ihr mit mir heute wieder vorlieb nehmen und wir wollen ja die auslösung machen von cybersky ja da haben ein paar zu kommentiert und ich war am anfang ein bisschen verwirrt weil ich nicht gleich gesehen habe dass ja einige geschrieben haben für welche plattform und ganz besonders der tisdix der hat eine wahnsinnig coole antwort gegeben da wäre ich so im leben nie drauf gekommen ja wir verlosen ja ein nee zwei oculus rift keys und vier oculus go keys ja und was musste ich feststellen es hat glaube ich nur einer eine oculus go also das jedenfalls geschrieben ja und ich würde sagen wir fackeln nicht lange und ziehen erst mal die für die oculus rift so ich habe schon alle eingetragen ja ich habe nun leider vergessen zieht noch mal ich hoffe das ist nicht schlimm und dann würde ich sagen dann gucken wir mal wer der erste glückliche oder glückliche ist und die zockstube ja die zockstube die zockstube möchte nicht mitmachen aber wünscht allen viel glück ich wünsche auch noch mal ein viel glück und somit kann ich jetzt auch noch mal ziehen so und dann gucken wir mal jetzt ja also die zockstube also ich glaube das ist ein zeichen dass du dir die oculus rift zu legen muss ja gut dann ziehen wir noch mal warte erst mal so zack und jetzt und horst schlemmer der horst schlemmer den habe ich doch hier gesehen da ich finde asynchronos multiplayer vr spiele geil zum beispiel in vr und der anderen und der andere am pc beispielsweise max exodus black hat kooperative oh mein gott schweres wort blue effect we are charlie and the reaper man ja charlie and the reaper man ist richtig geil das sagt mir jetzt gar nichts muss ich gleich mal gucken was das ist ja aber der horst schlemmer möchte das spiel auch nicht haben da gucken wir noch mal hier die anderen antworten ja der horst schlemmer hat bei keins von beiden und von damit ist er raus aber richtig super dass du trotzdem zugeschrieben hast ja und dann würde ich sagen ziehen wir mal weiter und gucken mal hier ob heute überhaupt noch irgendwer gewinnt und da ist er der tis tix ja ihr lieben die antwort da wäre ich nie im leben drauf gekommen richtig viel spaß machen spiele meist wenn man sie mit mehreren zusammenspielt ich bin allerdings dann wirklich eher für zusammen statt gegeneinander ja das finde ich auch gegeneinander ist immer ja ist mal multiplayer aber miteinander ist auch immer besser also finde ich früher als ich jünger war mochte ich pvp lieber aber so mit dem alter tja da schwinden die reflexe aber so ein kleines match ab und an geht schon ja also pvp war ich auch nie so der freund für mein hin und wieder kann man es machen ja daher möchte ich bei diesem gewinnspiel auch mit machen so und jetzt fragt ihr euch alle aber er hat doch gar nicht die plattform mit reingeschrieben doch hat er denn lest mal die wörter also die anfangswörter von den sätzen mensch von den sätzen und da steht dann rift ist das mal krass ich finde es hammer ja das hat tisdix mir extra noch mal geschrieben gehabt weil ich wäre da jetzt so im leben nicht drauf gekommen sehr coole antwort und somit sage ich dir schon mal herzlichen glückwunsch und da geht der erste rift key raus so und dann gucken wir mal wer den zweiten bekommt und da drehen wir mal horror clown wie den habe ich doch auch schon gesehen wo ist er denn da also momentan bin ich noch eher der single player aber da ich jetzt eine rift und meine neue walf index habe werde ich jetzt einen zweiten vr raum im keller einrichten einen zweiten vr raum hast du ein großes schloss oder so dann kommen wir auch noch und wir nehmen auch noch ein paar vr räume und dann erst mal zusammen dann erst mal zu zweit zusammen zocken und später auch über online multiplayer also ich habe die rift für das gewinnspiel ja sagen wir dir auch herzlichen glückwunsch und da sind auch schon die zwei rift keys weg so ich habe jetzt niemanden weiter gelesen der eine okolus go hat und von daher liebe elke denn der elke wäre es egal gewesen was für eine plattform und von daher elke kannst du uns auch anschreiben und du kriegst von uns dann die den okolus go key zugesendet ja und wie gehabt ihr habt sieben tage wieder zeit euch bei uns zu melden via discord facebook e mail oder noch funktioniert der youtube chat link schreibt uns darüber an ja und wenn euch gefällt was wir machen daumen hoch und das abo nicht vergessen und dann sage ich auch schon wieder bis zum nächsten mal ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020